Hallo und herzlich willkommen zurück zu Octopath Traveller 2. Guckt euch mal das Bild an der Seite an. Kasti hat irgend so einen Jungen auf dem Arm. Hm. Ja, Kasti, ne? Episode 2. Kapitel 2. Ich weiß, wir hatten noch Froné Kapitel 2 mit Level 16, aber da müsste ich erst mal noch ein bisschen erkunden. Und, äh, ja. Können wir später machen. Okay. Ich würde sagen, let's go! Was hat sie für eine Stimme nochmal? Ah ja, okay. Das ist also Sai. Mein Behandlungsbuch war schon mal hier. Vielleicht finde ich in dieser Stadt ja etwas, was meinen Erinnerungen auf die Sprünge hilft. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Mein Freund ist verwundet. Jemand muss ihm helfen! Wo liegt das Problem? Verdammt! Verdammt! Nicht schon wieder. Das ist erwartet. Das geht doch schon die ganze Zeit so. Ah, ich weiß warum. Wisst ihr noch, in der letzten Folge waren wir auch da, ganz links, da ist so ein Typ, so ein Soldat, der bewacht den Weg über so eine Brücke, ne? Und der sagt, wir dürfen euch nicht vorbeilassen, weil da ist das Gemetzel. Ich wette, das hat damit zu tun, weil die da am Feiten sind. Darf ich fragen, was hier vor sich geht? Ich habe Mützen, junges Fräulein, mit den Soldaten der Nachbarstadt. Die Menschen in dieser Gegend sind Außenseiter. Einwanderer. Wir haben nicht viel zum Leben. Wir haben nicht viel zu leben. Wer es besser haben wollte, suchte sich Arbeit in der nächsten Stadt. Das ging auch gut so, bis vor ein paar Jahren. Da waren wir auf einmal nicht mehr erwünscht. Das ist die Grunde der Blutschad? Und deshalb wird nun gekämpft? Das ist das Schade, ja. Ha, einfach gesagt, ja. Aber jetzt bin ich mit den Fragen dran. Wer bist du, junges Fräulein? Du siehst nicht aus wie eine von uns. Eine reisende Apothekerin, mehr nicht. Ich versuche zu helfen, wo ich kann. Wenn es hier Verwundete gibt, kann ich sie behandeln. Wo finde ich die Frau, die gerade um Hilfe rief? Im Lazarett. It's in a hovel in der nordwesten Stadt. Ja, da hinten, das weiße Ding da. Ja. Danke. Ich werde mich sofort dorthin begeben. Ja. Wir gehen immediately dorthin. Hier, da ist der Typ da. Moin. Wie lange, weil die Frauen nur die hier noch rumliegen? Kennt die Regeln. Wenn ich arbeite, der isst doch nichts. Meister Edmund, please. I've only just dodged this man's wounds. Seiche Apothekerin Mao. Meister Edmund, zeigt Nachsicht. Ich habe die Belutung dieses Mannes gerade erst gestillt. und bitte nicht auf die Tränen, du bist eine Knochenpflegerin. Ein Mann müsste stark sein, wenn sie es in dieser Welt zu etwas bringen wollen. Sie sind Versorger, klar. Alter, das ist ein Arsch. Wenn ich arbeite, der ist doch nichts. Keine Ausnahmen. Wenn ich kurz etwas dazu sagen dürfte. Du bist neu, oder? Schmeckt dir meine Art etwa nicht? Er braucht Zeit, um zu heilen. Dieser Mann kann in seinem Zustand nicht arbeiten. Er braucht jetzt vor allem Ruhe. Die kleinste Anstrengung könnte seine Wunden wieder öffnen und das wäre lebensbedrohlich. Boss, I, I can't. Erbärmlich. Das ist eine Zeitverschwendung. Hört mir jetzt alle gut zu. Wer mummelt den Knochen hat, kommt mit mir. Aus meinem Weg und komm erst wieder, wenn du dein Schwert halten kannst. wenn er mich so geschubst hätte, ich hätte ich hätte in so ein Gemisch direkt in seine Fresse geschossen. Mit fünffacher Wirkung hier, mit Dunkelheit, Licht, Wind, Feuer und Eis und Blitz und alles gleichzeitig einfach. So einfach in seinem Gesicht diese Schmerzen ist nur so weh. Diese Leute leiden. Ich muss ihnen helfen. Ich sollte mit der Apothekerin sprechen. Die erkennt dich wahrscheinlich sogar. Moin. Vielen Dank für die Hilfe gerade. Darf ich fragen, wer du bist? Kasti. Ich bin eine heißende Apothekerin. Kann ich dir irgendwie helfen? Mit größerem Vergnügen. Es gibt dir mehr als zu tun, als ich alleine bewältigen kann. mehr können wir momentan nicht tun. Aber es ist noch nicht über den Berg. Lass uns heute ab nach dem Siedersehen. Ja. Moment mal. Ich war so beschäftigt, um dich genau in den Augen zu nehmen, aber wir kennen uns nicht, wahr? Das kann gut sein, aber leider habe ich mein Gedächtnis verloren. Oh. Deshalb bin ich hier, um meine Vergangenheit zu ergründen. In dem Fall ist es nur an mir, dir zu helfen. Frag mich, was du willst. Wahrscheinlich erkundigen? Ja. Mau kennt Kasti von früher. Möchte ihr helfen? Okay. Da ist wieder dieses Fehler-Dings. Mau. Die Schmerz. Dieser Schmerz. Ich komme dir, die Hilfe ist zu spät. Kümmere dich lieber um die anderen. Vergiss mich. Hilf die anderen. Was soll ich bloß tun? Alleine kann ich dich alle versorgen. Ich wusste zwar, dass es hier nicht zum Besten steht, aber das betrifft meine schlimmsten Erwartungen. Dann war unsere Reise nicht umsonst. Malaya! diese Wundern schneller als erwartet. Vermutlich ist das Wüstenklima schuld. Das ist genau wie die Meisterin sagte. Zum Glück sind wir gut vorbereitet. Die Meisterin? Oh, Kasti ist der Boss? Kasti ist der Boss? Entschuldige, aber wer seid ihr? Da ist sie. Die Meisterin. Eris Apotheker. Wir möchten euch helfen. Meisterin! Wir haben getan, was wir konnten. Der Rest liegt an dir, Meisterin Kasti. Oh mein Gott. Sie ist die Meisterin von Eris Apothekern? Ach, du Scheiße. Was? Ach, krank. War ich etwa die Anführerin von Eris Apothekern? Das war vor vier Jahren, wenn ich mich nicht recht erinnere. Kurz nach Ausbruch der Kämpfe. Du hast deinen Apotheker zu uns geführt und uns Hilfe angeboten. In Grachtpark waren Eris Apotheker verpönt. Doch hier werden sie als Rentner betrachtet. Wieso? Schwester, es gibt weitere Verwundete an der Front. Bring mich zu ihnen. Ich werde sie versorgen. Halt ein, es gibt keinen Grund, dein Leben für uns zu riskieren. Du bist schließlich hier, um deine Erinnerungen zu wiederzufinden, nicht wahr? Wohl wahr. Aber jeden in Not zu helfen, ist meine oberste Pflicht. Sie war die Meisterin von Eris Apothekern. What the fuck? Nein, Mist. Nein, nein, nein. Es soll hier Verwundete geben. Wo sind sie? Nicht hier. Zumindest nicht auf unserer Seite. Verwundete. Aber ein Bote hat uns von Verwundeten berichtet. War das etwa ein Missverständnis? Verwundete gab es in der Tat. Beim Feind. Ich wollte ihnen heute eine richtige Lektion erteilen, also haben wir sie in eine Falle gelockt. Ich bin nicht so dumm, dass der Treibsand da plötzlich unter ihren Füßen aufgetaucht ist. Die Naht sind alle drin verschwunden. Einfach so. Geschehen ihnen recht. Ein Sieg, ohne auch nur einen Streik zu tun. Dann könnte ich mich gewöhnen. Hey, du verlassen uns schon wieder. Ah, es ist ja ich verletze, wie du willst und findest hilfst. Aha Ja, wir gehen mal kurz zurück, ne Ich will das Reisegespräch noch haben Nein, ist es weg Nein Wenn ich schnell L drücke Okay, funktioniert nicht Scheiße Dach Jetzt wäre es gut, wenn wir Das ist gut, wenn wir It's over. Now it begins. Prepare. I'm sorry. Now it begins. Prepare. It's over. I still have much to learn. You still have... Oh. Quarzklinge. Stahllanze. Knochenrüstung. Dankeschön. Ausrüstung. Ach du Scheiße. Die Kacke. Oh yes. Das ist doch seine Rüstung einfach. Kritisch. Ach mit dem kann man gar nicht reden. Okay. Okay. Und müssen oben. I shall be your own. What to do, what to do. Axe, attack! Wow. Find it! There! That's it! Thank you! Huh? My place is safe. I'm just kidding. Turn back! Turn back! Not bad! Here goes! I know no cure for evil. Nice. So. Hello? Is anyone there? Hello? Is there anyone there? Please, shout out if you can hear me. Over there! Da drüben. Found you! You move fast girl. You move fast girl. Shh! Quiet! Psst! Ruhe! That way. Here entlang. Hey! Hey! Please, help me. I can't move. Don't move. I'm coming. Ruhe dich nicht. Ich bin gleich bei dir. Hurry! Schiff schnell! Bevor es zurückkommt! Nicht bewegen! Seltsam. Alle hier wirken verängstigt. Glaubst du sie angegriffen wurden? Sie sind unterkühlt. Ich muss sie irgendwie wärmen. Du da! Ja, du! Bring mir Holz, damit wir ein Feuer schönen können. Und Wasser auch. Wenn du schon einmal hier bist. Mit keinem Unsinn. Den helfe ich ganz sicher nicht. Das sind unsere Feinde. Die kriegen keinen lausenden Tropfen dran. Hör auf zu jammern und beeil dich! Los! Was? Verflucht seist du! Also gut. Feuer und Wasser, ja? Als ob sie ihn einfach... Als ob sie ihn das einfach befohlen hat. Krass. Danke. Diese Leute verdanken dir ihr Leben. Hm. Ich war auch mal wie sie. Mich als Soldat für die andere Seite verdient und ziemlich gut davon gelebt. Eines Tages versuchte eine größte Gruppe von Leuten in unser Reich rüber zu siedeln. Die meisten Kinder. Wir haben sie vorbeerjagt auf Befehl des Königs. Hab am Anfang nicht viel dabei gedacht und einfach nur meine Befehle ausgeführt. Aber dann kamen die Zweifel. Ja, mein Lohn ist wirklich wert, Unschuldige zu unterdrücken? Wollte ich wirklich Geld um diesen Preis? Um es kurz zu machen, irgendwann hatte ich die Schnauze voll und hab die Seiten gewechselt. Weißt du was, Knochenpflegerin? Ein bisschen doch, ne? Man braucht ne Menge Mut, um sich im Kämpfer einzubinden und nur um Fremden zu helfen. Wenn ich dich sehe, komme ich mir wie ein Idiot vor. Ich tue bloß mein Werk als Heilerin. Mehr nicht. Lebe ich noch? Das tust du. So wie die anderen auch. Mein Name ist Griff. Ich kommandiere diese Soldaten. Wir waren unterwegs zur Front, als er ein schreckliches Ungeheuer angegriffen hat und wir in den Treibsand geraten sind. Was für ein Ungeheuer? Das klingt wie ein Sandlöwe. Ein Sandlöwe? Was ist das? Eine Beste, die in dieser Gegend bewohnt. Normalerweise völlig friedlich. Kämpfe müssen ihn aufgeschreckt haben. Wenn Sandlöwen einmal wüten, hält man sich besser fern. Aber viele meiner Soldaten sind auch immer so nager. Ich muss sie wahren. Sie sind in Gefahr. Ich muss sie warnen. Halt auf jetzt. Ich werde gehen. Und ich komme mit. Commander Griff, du bist zu schwer verwundet. Ruhe dich aus und komm wieder zu Kräften. Danke. Komm Knochenpflegerin. Unsere Hilfe wird anscheinend noch woanders gebraucht. Sag ihm doch noch wenigstens. Also sag dem Commander noch wenigstens. Danach endet dieser Krieg. Oder sowas. Ich gehe noch mal ganz kurz nach hier oben. Ah, hier ist aber nix mehr, ne? Jaha! Vira! Many thanks. Now I fight for my friends. How do you go next? For the pride of Ku. Nice. Äh, Reisegespräch. Kerstin, was ist mit deinem Arm passiert? Das ist... Da ist so ein schwarzer Fleck drauf. Das ist kein Fleck, sondern... Äh, warte, Moment. Das ist kein Fleck, sondern das Überbleibsel einer bösartigen Schwellung. So viel ich weiß, ist... So viel... Weiß ich gesichert. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, wann und wie ich sie bekommen habe. Glaubst du, sie könnte etwas mit deinem Gedächtnisverlust zu tun haben? Höchst wahrscheinlich. Soweit ich das feststellen konnte, ist der Ursprung dieser Schwellung alles andere als gewöhnlich. Wenn ich mich nicht irre, dann wurde sie nicht von einer Verletzung oder Krankheit ausgelöst, sondern von einer speziellen medizinischen Substanz mit starker Wirkung, zum Beispiel Gift. Hast du mit solchen Substanzen dann selbst hantiert? Jeder Apotheker bei klarem Verstand würde sich normalerweise von so etwas fernhalten. Ich mache mir deshalb große Sorgen, in was ich da wohl verwickelt war. Das brauchst du nicht, Kasti. Ich bin mir sicher, dass du ein stets redliches Leben geführt hast. Nice. Ich werde deinem Gegner sein. Entschuldig dich. Ich habe noch viel zu lernen. Verschütteter Stützpunkt. Verdammt. Sind wir zu spät? Es ist niemand hier. Also müssen sie nicht alle im Treibzeit versunken. Einer lebt noch. Warte, ich bin unterwegs. Vorsicht. Hä? Master Edmund. Noll. Kasti, guck mal. Ich habe mir einen Tanz ausgedacht, mit dem man über Sand gleiten kann. Wenn wir den alle lernen, brauchen wir keine Angst vor Treibsand mehr zu haben. Der Tanz heißt Sandhapser. Klingt lustig. Wie geht er denn? Auf Sand zu gehen ist beschwerlich, nicht? Das liegt aber nur daran, dass wir uns dem Sand nicht anpassen. Wenn wir stattdessen seinen Bewegungen folgen, dann... Hoppla. Ah! Ah! Ich habe mir den Fuß verstaucht. Kein Problem. Das haben wir im Blu. Tut mir ein bisschen gleich, Kasti. Ach was. Du wolltest doch bloß helfen. Vom Sandtratze halte ich mich lieber fern. Aber deinen guten Willen rechne ich dir hoch an. Okay. Okay. Da oben ist eine Kiste. Okay, da komme ich zur Kiste. Sind das Sandwürmer? Ja. 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 Das ist ein Bιο. Wir sind Glow. Wir sind Glow. Peter, dein Hallo. Für die Pridee. Für die Pridee. Für die Pridee of Kuu. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Nice. Okay, da oben kann man nicht lang. Sandlöwenhöhle. Okay. Ich wurde überrascht. Erfahungsfunkte mal zwei. Nice. Now it's time for you. How's this? Oh shit. Arrow of Mord. Erfahrungspunkte mal zwei. Ist halt geil. Liebe des Lebens. Als ob ich schon wieder überrascht wurde. Okay. You ready? Axe attack. Prepare. My blade saves. Jetzt geht's! Jetzt geht's! Ich bin es! Danke! Schuss! Jetzt geht's! Jetzt begin's! Hier! Alright! Here I go! Uh oh! There is no need for flattery. It'll rust my suit. Level up! Damit bedanke ich mich für's Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin! Haut rein! Und... Und... Tschüss! ... ... ...